Liebe Geschwister, ich möchte heute über eine Aya etwas mehr sprechen, eine Aya, die mich in den letzten Tagen viel begleitete, an die ich mich oft erinnern musste. Allah Ta'ala sagt in Surat Al-Hujurat, in der Surat, die nach den Gemächern benannt worden ist. O ihr Menschen, gewiss, wir erschufen euch aus einem männlichen und einem weiblichen und machten euch zu Völkern und Stämmen, damit ihr euch kennenlernen möget. Und gewiss, der würdigste von euch bei Allah ist derjenige, der die meiste Taqwa hat, der die meiste Taqwa hat. Gewiss, Allah ist allwissend und allkundig. Imam Ibn Kafir, er erläuterte diese Aya dahingehend, dass sich alle Menschen gleichermaßen die Ehre teilen können, Teil der Menschheit zu sein. Das ist sehr, sehr grundlegend, liebe Geschwister, auch wenn es sich für uns sehr selbstverständlich anhört, als vielleicht auch nicht mal nötige Wiederholung. Aber der Koran, liebe Geschwister, der von einem Muslim, wenn er ein gewisses Maß, einen gewissen Standard erfüllen möchte, monatlich durchgelesen wird. Unser Sheikh Hashim, sage ich in einem Nebensatz, er wiederholt täglich 40 bis 60 Seiten. Also ein Fünfzehntel bis zu einem Zehntel, liebe Geschwister, wird täglich von unserem Sheikh Hashim durchgenommen. Das ist, weil er eine gewisse Verantwortung auch gegenüber dem Koran hat als Bewahrer. Aber ein Muslim sollte den Koran, ja, 20 Seiten täglich, damit er den Koran in einem Monat durchgeht. Das ist ein Standard, liebe Geschwister, das ist ein Standard. Von daher der Koran, ja, wir sind seiner Lektionen sowieso ständig gegenüber bedürftig. Und auch wenn wir wiederholen, Alhamdulillah, wir brauchen auch die Wiederholung. Aber gerade weil es zu anderen Zeiten und in anderen, nicht Zivilisationen, sondern Unrechtsregimen dazu kam, dass man Menschen das Menschsein aberkannte, ist dies eine sehr grundlegende Aussage, aufbauend auf dieser eindeutigen Aya. Und Imam Ibn Kathir, er sagt, dass diese Aya direkt auch nach dem Verbot der Erniedrigung und der Beleidigung anderen Menschen gegenüber erwähnt wurde, weil wir eben Teil einer Menschheit sind. Ja, und er sprach von der Gleichwertigkeit in der Menschheit, ja, At-Tasawi fil-Bashariya. Und die jüdischen Quellen, sie formulieren dies auch noch weiter aus und sie sehen eine Weisheit darin, dass Allah Ta'ala Adam erschaffen hat und aus ihr Hawa und aus ihnen beiden den Rest der Menschheit. Nämlich, dass niemand sagen kann, dass er auf Adam zurückgeführt wird und ein anderer dann sagen müsste, dass er vom dritten oder vierten oder fünften erschaffenen Menschen abstammt, sodass dann die Nachkommenschaft Adams in dem Sinne eine Würdigung erfahren hätte, als dass er ja der erste erschaffene Mensch ist. Ja, und dann, oh, ja, und dann wurde irgendwie noch ein zehnter anderer aus anderer Erde erschaffen und dann von diesem stammen diese und jene ab. Damit das nicht sein muss, damit es klar und deutlich wird, dass wir alle, wie gesagt, gleichwertig sind in unserer Teilhaberschaft an der Menschheit. Deswegen hat Allah Ta'ala Adam, a.s.w. und Hawa, a.s.w. erschaffen und aus ihnen beiden dann andere Völker und Stämme erschaffen. So wie dies die Imame Jalalayn auch darlegten. Ibn Kathir, er erwähnt auch noch eine weitere Interpretation, nämlich, dass die Shu'ub sich auf die nicht-arabischen Völker beziehen und die Quba'il auf die arabischen Völker. Das ist eine Erklärung, die er aufführt und er verweist auch noch auf andere Erklärungen. Aber festhalten tun wir erst einmal die Gleichwertigkeit innerhalb der Menschheit und damit die Eier so verstehend auch, dass weder das Männliche gegenüber dem Weiblichen einen Vorrang hat, noch umgekehrt. Noch hat irgendein Stamm einen Vorzug gegenüber einem anderen oder ein Volk gegenüber einem anderen, denn Allah Ta'ala hat eindeutig verkündet, dass derjenige am würdigsten bei ihm ist, am angesehensten bei ihm ist, der am meisten Taqwa hat. Das heißt, die Beziehung zwischen dem Diener und Allah Ta'ala ist das, was ihm Vorzüge einräumt und nicht Abstammung oder Geschlecht. Und warum überhaupt diese Vielfalt, Allah Ta'ala sagt, auf das ihr euch gegenseitig kennenlernen mögett. Auf das ihr euch gegenseitig kennenlernen mögett. Die Imame Jalalain haben auch noch darauf verwiesen, dass diese Eier quasi ein Verbot beinhaltet, wegen seiner eigenen Abstammung stolz zu sein, dass man nicht prahlen darf aufgrund der eigenen Abstammung. Interessanterweise, liebe Geschwister, finden wir eine Person im Koran beschrieben, die keine Volkszugehörigkeit hat. Und ich meine jetzt nicht Adam, sondern lange nach ihm, Isa, wird im Koran als volkslos beschrieben. Warum? Weil er kein Kaum hat. Ansonsten finden wir im Koran viele Ayat, wo es heißt, idh qaulalahum ahuhum hudu ala tattaquun Und dasselbe mit Salih und dasselbe mit Nuh und dasselbe mit anderen Propheten, Shu'aib und weiteren. Und als ihr Bruder zu ihnen sagte, der Bruder Salih, der Bruder Hud, der Bruder Shu'aib, der Bruder Nuh, weil sie gehören zu einem Volk, und sie sagten, ja qaumi, ja qaumi, ja qaumi, oh mein Volk, oh mein Volk, oh mein Volk. Wir kennen die Dialoge der Propheten mit ihren jeweiligen Völkern. Ja qaumi konnte ich im Koran in der elektronischen Suche 47 Mal finden. Also wir sehen diese, der Bruder An ist ein Buch des Dialogs. Aber Aisha alaihi salam, er sagt nicht, ja qaumi, oh mein Volk. Und in Bezug auf ihn wird auch nicht gesagt, und Aisha, ja, der Bruder von. Warum? Weil die Volkszugehörigkeit über den Vater geregelt wurde und Aisha alaihi salam keinen Vater hat. Interessant, subhanallah. Das heißt, die Volkszugehörigkeit, die ist über den Vater geregelt. Und wisst ihr, was dadurch dann auch automatisch, was dadurch auch automatisch sinnlos wird? die Menschen nach Farben einzuteilen. Es ist sinnlos. Und so haben wir helle, wenn man möchte, weiße Araber mit hellen Augen, ja, blauen Augen und wir haben schwarze Araber. Das sind alles Araber. Warum? Weil die Abstammung über den Vater festgehalten wird, definiert wird. Und subhanallah gibt es noch eine weitere Betonung im Koran, nämlich, dass Allah Ta'ala über die verschiedenen Farben spricht. Und zu Allahs Zeichen, zu seinen Ayat zählt die Erschaffung der Himmel, in der Mehrzahl gesprochen. Ihr wisst, wir haben sieben Himmel im islamischen Weltbild und der uns Bekannte, das hiesige Universum, ist lediglich der erste und der kleinste. Und die Erde, das sind alles Zeichen von Allah Ta'ala, Ayat. Und die Verschiedenartigkeit eurer Sprachen und Farben. Und darin sind Zeichen für Menschen, die Wissen besitzen. Alimin. Und aus Elm kommt auch das Wort Alam, die Welt. Das heißt, der Wissende ist gleichzeitig auch ein Weltenbürger. Der Wissende kann kein Nationalist sein, liebe Geschwister. Kann nicht parteiisch sein, weil Wissen einen von solchen Dingen einen von solchen Dingen entfernt. Alhamdulillah. Weil man ist gebunden an Kriterien wie Wahrheit und Gerechtigkeit oder an die Pragmatik allein. Und dann wird man schnell feststellen, dass Völker und Stämme und Traditionen und Mentalitäten etwas Relatives sind. Und das Beständige von Allah Ta'ala kommt. Und dass Allah Ta'ala auch viel Raum gegeben hat für Bräulein, Bräuche und Typen und Mentalitäten und Individuen und Vielfalten. Denn der Islam wollte nicht das alles beseitigen, sondern im Gegenteil, er bestätigt dies auch. Aber warum? Wie Ta'arafu, auf das ihr gegenseitig euch kennenlernen möget. Auf das ihr euch gegenseitig kennenlernen möget. Und ich habe während der Recherche etwas Besonderes gefunden, was ich euch nicht vorenthalten möchte. Eine Person kam zum Propheten Mohammed und hat gesagt, mir wurde ein schwarzes Kind geboren. Und der Prophet verstand, worum es ging. Und er sagte, hast du Kamele? Und die Person, also die offensichtlich nicht schwarz war und offensichtlich auch keine Schwarze geheiratet hat, ja, das ist der Hintergrund gewesen. Deswegen hat der Prophet Mohammed ihn heranführen wollen, dass er seine Wut ablegt und dass er falsche Erklärungen auch gleichermaßen ablegt. Und er sagte, hast du Kamele? Er sagte, ja. Er sagte, beschreib sie mir. Und er sagte, ja, vor allem habe ich rote Kamele, Al-Humr. Und er sagte, siehst du Unterschiede unter ihnen? Da gibt es auch dunklere. Und er sagte, ja, gewiss. Und er sagte, wie kommen diese zustande? Und der Mann erklärte, aufgrund, aufgrund der Vererbung, ja, aufgrund der Vererbung. Und er sagte, und so war es, und so wird es auch wohl bei dir gewesen sein. Ja. Das heißt, das alles, liebe Geschwister, die verschiedenen Farben sind von Allah Ta'ala wertgeschätzt. Es ist seine Schöpfung und wir müssen seine Schöpfung lieben. Und durch seine Schöpfung zeigt sich der Schöpfer. Ich kann mich daran erinnern, dass ich als Kind gerne Bäume gemalt habe. Und ein Bild habe ich so gemalt, so aus, einfach so schnell, 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 ja, so Gras und dann ein bisschen braun für den Stamm und dann nochmal, ja, grün rund gemalt und das war dann quasi der Baumwipfel. Und dann malte ich ein anderes Bild, wo man die Verwurzelung des Stammes in die Erde hinein sehr detailliert sehen konnte und jedes Grashalm einzeln und Blüten, ja, mit verschiedenen Blütenblättern und die Verästelung und dann die Blättern einzeln gemalt und die Blattadern, ja, auch dargestellt. Meine Mutter, sie verglich beide Bilder mit mir zusammen und sagte, schau, dieses Bild hast du mit Liebe gemalt. Ja, da war ich ungefähr sechs, sieben Jahre alt und diese Erinnerung blieb mir, subhanallah. Warum blieb mir diese Erinnerung? Ich meine, aus vollster Überzeugung, dass mir diese Erinnerung blieb, damit ich später die Liebe Allah Ta'alas, seine Eigenschaft zu lieben, begreifen konnte aufgrund eines persönlichen Bezugs. Derjenige, der in Vielfalt schöpft, tut dies aus Liebe. Derjenige, der etwas machen will, schnell, schnell, ja, der macht einfach nur zack, zack, zack und, ja, alles sieht irgendwie gleich aus. Aber unsere Verschiedenartigkeit, liebe Geschwister, von unseren Gestalten und Farben und Formen und Sprachen und Farben, ja, all dies ist ein, nicht ein, sondern, ja, ein Trilliardenfaches Zeichen von Allah Ta'ala. Trilliarden von Zeichen von Allah Ta'ala. In Bezug auf seine Liebe, subhanallah, nicht lediglich in Bezug auf seine Allmacht, sondern die Vielfalt ist mehr noch ein Zeichen seiner Liebe. Lita arafu, auf das ihr euch gegenseitig kennenlernen möget. Liebe Geschwister, darin liegt eine große Chance. Der Prophet sagte, sallallahu alayhi wa sallam, al mu'minu mar'atu achi, ich habe auch mir'atu achi gelesen, also mit Kasra und Fatha, beides. Der mu'min ist das Anderen, oder der mu'min ist der Spiegel seines Bruders. Ja, idha ra'afiha aiban aslaha. Wenn er etwas Schlechtes darin sieht, dann beseitigt er dies, dann verbessert er dies. Das heißt, wir einander mögen, wir mögen füreinander ein Spiegel sein, dem Anderen die Gelegenheiten geben, etwas zu korrigieren. Und das ergibt sich durch die Begegnung. Aber dazu braucht man zwei Voraussetzungen. Man braucht a, diesen Spiegel. Man braucht also das Miteinander, das Gegenüber. Dass man sich selbst auch verbessern kann, das braucht man. Und da muss man die Bereitschaft auch haben. die Bereitschaft in den Spiegel zu sehen, die Bereitschaft einen Fehler dargelegt zu bekommen, den Stolz zu schlucken, zuzugeben, dass man fehlerhaft ist und auch dankbar dafür zu sein, dass man auf den Fehler, auf das Unschöne, auf den Makel hingewiesen wurde. Dankbarkeit für den Hinweis und Demut in Bezug auf die Anerkennung dessen als Tatsache. Das ist natürlich, das ist sehr viel verlangt. Aber wenn Allah es verlangt, dann ist es nicht so viel verlangt. Dann müssen wir uns der Herausforderung anpassen und nicht sagen, die Herausforderung möge sich uns anpassen. Das ist es, liebe Geschwister, was Allah von uns möchte. Dass wir uns selbst reinigen. Dass wir uns selbst entwickeln. Denn jeder Mensch hat blinde Flecken. Googelt mal auf YouTube das Johari-Fenster. Ja? Das Johari-Fenster. Googelt das mal. Und dort, eines von diesen vier Fenstern, hat nichts mit mir zu tun, sondern das hat mit einem Joseph Joseph zu tun und einem Harry zu tun. Und die haben zusammen ein Interaktionsfenster entworfen. Und eines von diesen vier Fenstern, liebe Geschwister, ist der sogenannte blinde Fleck. Dinge, die andere über dich wahrnehmen, aber die nimmst du nicht wahr in Bezug auf dich selbst. Das ist ein blinder Fleck. Du brauchst also den anderen dazu, um dich selbst weiterzuentwickeln. Weil du vieles gar nicht siehst. Du denkst, du kannst selber in den Spiegel schauen. Nein, kannst du nicht, weil einige Dinge wirst du nie sehen. Ein Viertel von diesem Spiegel quasi kann dir nur dein Gegenüber sein. und du musst in einer Interaktion feststellen, was du an dir verbessern kannst oder was du bei dir beibehalten solltest. Und man kann subhanallah feststellen, dass man in dieser Interaktion beim gegenseitigen Kennenlernen der nicht nur Völker oder Kulturen, sondern auch Individuen. Man kann feststellen, dass man selbst, dass man bei sich selbst vorfindet, mehr schätzt, brauchbarer findet, wertvoller findet. Also, dass Werte stärker darin verankert sind in dieser Einstellung oder in dieser Handlung. Also wertvoller. Und dann wünscht man sich doch auch für den anderen, dass er dies mit übernimmt. Dass er sich auch verbessert, dass man selber mal Spiegel sein konnte. Aber wie wird der andere das annehmen? Nicht, wenn wir arrogant auftreten, liebe Geschwister, sondern Nasihah bedeutet unter anderem auch die Reinheit. Man spricht vom reinen Honig. Al Asal Al Nasihah und die Gelehrten haben dies übersetzt mit, dass man das Gute für den anderen wünscht. Es ist nicht nur ein Ratschlag auf Feststellungsebene, der tatsächlich auch angemessen sein kann, sondern es ist der gute Wunsch für den anderen. Und automatisch dort, wo der gute Wunsch mit dabei ist, da wird man es auch auf die beste Art und Weise vermitteln. Nicht auf eine Art, die vielleicht den anderen dazu bringt, dass er den Ratschlag nicht umsetzt. Manche Lehrer führen diese Kriege mit ihren Schülern. Sie sagen, ja, du musst die Hausaufgaben machen. Ja, und sie sagen es auf eine Art, sie gönnen vielleicht dem Schüler etwas nicht, oder der Schülerin. Vielleicht gibt es da Animositäten. Es sind nicht nur die Schüler, die manchmal schwierig sind, manchmal sind es auch Lehrer. Und derselbe Ratschlag inhaltlich kann von dem einen Lehrer wertgeschätzt werden und man verbessert sich innerhalb des selben Schuljahres noch um vielleicht drei Noten. Weil da kam dieser gute Wille rüber. Und auf der anderen Seite wurde das so mit Verachtung vermittelt und man konnte das nicht richtig annehmen. Aber da sehen wir auch schon einen Hinweis, manchmal muss man sogar seinen Stolz so weit schlucken können und Ratschläge von ungeliebten Menschen oder mit denen man schwierige Beziehungen hat, trotzdem annehmen, weil es einfach stimmt. Unabhängig davon, ob man die Person mag oder nicht mag, ob die Beziehung gut ist oder nicht. Aber man nimmt die Wahrheit um der Wahrheit Willen an, nicht um dessen Willen, der sie einem überbringt. Was kann einem dabei helfen, liebe Geschwister, nützlich sein zu wollen für andere? Wenn man etwas Besseres bei sich vorfindet, die Worte vom Propheten Mohammed eine authentische Überlieferung, dass die besten Menschen diejenigen sind, die am besten für die Menschen sind, die am nützlichsten für die Menschen sind. Und manchmal, liebe Geschwister, ist man auf der anderen Seite, manchmal entdeckt man durch Interaktion, durch Zusammensein, durch sich gegenseitig kennenlernen, dass etwas anderes, dass man etwas findet bei jemandem oder bei Menschen, was besser ist als das, was man ursprünglich aufrechterhalten hat. Das passiert sehr oft bei Reisen. Wir haben über Reisen auch die letzten Freitagsansprachen gesprochen. Reisen ermöglichen einem diese Vogelperspektive, diese Selbstreflexion, dass man andere und anderes kennenlernt. Und dann darf man nicht zu stolz sein, das anzunehmen, liebe Geschwister. Und Allah warnt uns im Koran O Leute, das Iman, seid auf der Hut bei der Wahrnehmung der Gerechtigkeit. Also achtet mit höchster Konzentration darauf und seid Zeugen für Allah. Auch dann, wenn es gegen euch selbst oder gegen Eltern und Verwandte geht. Das ist richtig und das ist falsch, auch wenn man sich selbst dadurch beschuldigt oder blamiert. Nein, das ist die Wahrheit und die Wahrheit wird gesagt. Und drittens liebe Geschwister, manchmal erleben wir auch, dass manche Dinge Geschmackssache sind. Also weder ist das eine besser als das andere noch umgekehrt, sondern es sind Dinge, die haben mit Geschmäckern zu tun. Um euch vielleicht ein bisschen aufzuheitern, weil ihr habt schon aufmerksam zugehört und ein bisschen für den nächsten Abschnitt zu erfrischen. Das Gesicht eines zum Islam zurückgekehrten Italieners, als er gesehen hat, wie ein türkischer Bruder Ketchup auf die Spaghetti drauf gemacht hat. Dieses was passiert da? Das ist Geschmackssache. Wenn es ihm schmeckt, ist es okay. Wenn es dir nicht schmeckt, du musst es nicht essen. Und das, liebe Geschwister, diese Interaktion und dann haben wir auch diese Moschee, dass wir diese vielen verschiedenen Ethnien mit uns haben, ein verschiedenes Erbe auf dieser Plattform miteinander in Kontakt tritt. Das lässt uns bewusst dafür werden, was ist Kultur, was ist Islam. Nicht, dass wir Kulturelles da draußen als Islam verteidigen, was vielleicht nicht dem Islam widerspricht, aber auch nicht Islam ist. Im schlimmsten Fall sogar dem Islam widerspricht. Wir wollen zuerst als Muslime den Islam erklären, den Islam repräsentieren und die Kultur müssen wir da draußen halten oder Persönliches müssen wir da draußen halten. Und manchmal gibt es da Verwechslungsgefahr. Ich sagte letztens bei einem Vortrag für Mediziner, dass ich gerade die Schuhe meines damaligen besten Freundes trage, der verstorben ist. Und das auch in Erinnerung an ihn. Und dann meldete sich eine Ärztin und sagte, das machen sie so, weil der Islam ihnen das sagt. Oh, nein, stopp, stopp, das ist einfach nur eine persönliche Sache. Das kann man jetzt nicht so auf den Islam zurückführen. Und auch nicht auf irgendeine Kultur, die sie mir vielleicht zuschreiben. Da wären wir dafür sensibel, liebe Geschwister. Was ist die Religion, was ist Kultur, was ist eine persönliche Auffassung. Und Kulturen, da sind wir uns glaube ich alle einig, sind verhandelbar. Das Kulturelle ist verhandelbar, das Persönliche ist verhandelbar. Als Muslim sagen wir, das was Allah uns mitgegeben hat, das können wir nicht verhandeln. Wir können nicht sagen, Allah sagte, betet fünf mal am Tag und wir machen daraus zwei oder drei. So nach dem das ist eine rote Linie. Aber wie eine Moschee architektonisch aussehen soll, das haben Muslime der verschiedensten Kulturen auch verschieden beantwortet und verschiedene Geschmäcker zum Ausdruck gebracht, was die Architektur anbelangt oder den Grad der Schmückung, da gilt eigentlich das Gebot der Zurückhaltung, denn der Prophet sagt, ihm wurde nicht befohlen, die Moscheen auszuschmücken, aber wie das Ganze dann aussieht. Manche Menschen beschweren sich über Mekka, dass es jetzt so global aussieht oder so modern aussieht teilweise. Ja, der Islam ist eine universelle Religion für alle Zeitalter und für alle Kulturen. Warum soll der Islam stets im orientalischen Gewand irgendwo symbolisch vertreten sein? Wir können doch Moscheen in bestem deutschen Fachwerk haben. Das ist schön, Fachwerk ist schön, Alhamdulillah. So eine Fachwerk Moschee. Wozu brauchen wir die Kuppel? Die ist sowieso nichts religiöses. Wozu brauchen wir das Minarett? Wenn wir auch Lautsprechersysteme haben. Ich habe selber gegenüber einer großen Moschee in Ägypten gelebt, so dass ich dort ein 400 Meter Lauf gewesen. Ich habe nie gesehen, wie das Minarett benutzt wurde. Kein Einziges Mal nicht in zehn Monaten. Ihr könnt euch mal ausrechnen, wie viele Gebete das sind in zehn Monaten. 15.000 glaube ich, wenn ich jetzt richtig gerechnet habe. Oder 1500 mindestens. Ja, subhanallah. Lass uns an dieser Stelle um Vergebung bitten, er ist der Einzige, der zu vergeben vermag. Weil ich meine Brille nicht auf habe und dort die ... Ich brauche kurz die Uhrzeit. Nochmal? Räupte. 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 Amen. Liebe Geschwister, warum hat mich diese Aya so bewegt die letzten Tage? Ich habe die letzten Tage sehr, sehr viel Begegnung gehabt. Im Dialog und im Trialog und in der sozialen Arbeit und mit der Presse. Und ich habe sehr viel lernen können, Alhamdulillah auch. Und ich wünsche mir für uns Muslime, für die Jugend, dass sie auch sehr viel lernt. Denn Alhamdulillah, es wachen immer mehr Menschen auf und wollen sich jetzt mit dem Islam und den Muslimen auseinandersetzen. Eine Katholikin, die eine Weiterbildung macht zum Thema muslimisch-christlicher Dialog oder Begegnung. Sie besuchte auch letzten Freitag unsere Moschee. Und sie sagte, sie lebt nicht weit weg von hier, im Frankfurter Westend. Und sie hat 20 Jahre lang, seitdem wir 21 Jahre lang hier existieren und auf Deutsch predigen, ja, und wir haben mit über 110 Institutionen Zusammenarbeit gehabt und Interaktion gehabt in den letzten Jahren. Und das meiste davon ist uns auch gar nicht bewusst, weil wir erst seit 2011 richtig dokumentieren. Aber sie hat von uns nichts gehört. Subhanallah. Und manchmal kann es bei uns vorkommen, dass wir etwas frustriert werden, weil wir vielleicht Fragen seit 15, 20, manche Leute seit 30 Jahren dieselben Fragen beantworten. Und teilweise sogar die Fragen unwissender werden und mehr Unterstellungen beinhalten. Ja, also dass man da, ja, zum Thema Zwangsehen. Warum fragst du, glaubst du wirklich, dass eine Zwangsehe bei uns im Islam wirklich möglich ist? Ja, und dann, wenn man das schon zum hundertsten Mal beantwortet hat, und ich meine jetzt wortwörtlich, dann kann man so ein bisschen so erhöhten Puls bekommen. Aber vielleicht stellt die Person die Frage zum ersten Mal, ja. Und lass uns nicht den Rückzug antreten aufgrund von Frust oder weniger Lust oder, ja. Weil viele Menschen, wie gesagt, zum ersten Mal dabei sind zu sagen, wow, jetzt möchte ich mich mal mit dem Muslim auseinandersetzen oder jetzt gehe ich mal, nehme ich mal den Weg in die Moschee. Und dafür müssen wir uns vorbereiten und auch weiterbilden. Wir haben, Alhamdulillah, am Ende des Jahres jetzt sechs Tage, wo wir intensiv miteinander in richtiger Leeratmosphäre verschiedene Themen miteinander durchgehen. Unter anderem auch muslimische Öffentlichkeitsarbeit. Aber auch Dinge wie Familienleben im Islam, also Dinge für uns. Und Aqida und Tazkir in einem Zweitagesseminar, ja. Nehmt euch die Zeit, bildet euch fort. Weil wir auch hier unabhängig von muslimbezogenen Themen tragen wir auch Verantwortung für diese Gesellschaft. Wir tragen auch Verantwortung als Bürger dieser Gesellschaft für diese Gesellschaft. Und da ist es wichtig zu interagieren, von anderen zu lernen, von Profis zu lernen, dass man Seminare besucht und Workshops besucht und Vorträge besucht und dass man sich fortbildet und Bücher kauft und in Diskussionsgruppen einsteigt und sich zivilgesellschaftlich engagiert. Auch wenn uns vielleicht einiges etwas nerven kann, ja. Weil wir, wie gesagt, zum hundertsten Mal vielleicht eine Frage beantworten und wie gesagt, die Frage an sich ist vielleicht eine Unterstellung, eine Beleidigung, ja. Aber lass uns Humor haben, liebe Geschwister. Lass uns auf den Menschen zugehen. Lass uns offen sein. Und dadurch werden wir auch selber sehr viel lernen. Alhamdulillah unsere Broschüre über Behinderung im Islam. Wisst ihr, wie diese zustande gekommen ist? Unsere Nachbarn damals, als sie noch hier waren, die Lebenshilfe, sie haben auf höflichste, sensibelste, demütigste Art und Weise gefragt, wie der Islam zum Thema Behinderung steht. Und ich fragte, warum? Warum fragen sie so? Ja, so ganz lieb, ganz höflich, ganz sensibel. Und dann, ja, weil wir manche Menschen erleben, die denken, das wäre eine Strafe Gottes. Ist es denn wirklich so bei ihnen? Ja. Und dann, nein, nein, nein. Und dann, oh, wir müssen Leute informieren, wir machen eine Broschüre. Ja. Weil das Gegenüber war aufrichtig. Und es war ein Spiegel und wir mussten, wir durften das annehmen. Ja. Fair Trade, Islam und fairer Handel. Und wir wissen mittlerweile, was der Koran zum fairen Handel sagt und was der Prophet vorlebte, vorlebte auch zum Thema fairen Handel. Das hat uns eine katholische Jugendgruppe 2009 in die Gemeinde reingebracht. Die Frage nach dem fairen Handel. Davor, wir waren nicht mit dem Thema fairen Handel beschäftigt. Das heißt, wir lernen auch eine Menge aus dieser Interaktion, liebe Geschwister. Wir lernen auch, im Hinblick auf unsere eigene Religion bekommen wir sozusagen Forschungsaufträge. Ja. Durch diese Interaktion. Und dafür sind wir dankbar, Alhamdulillah. Denn Allah Ta'ala hat die Menschen zu verschiedenen Völkern und Stämmen erschaffen, auf das sie einander kennenlernen mögen. Und dieses Kennenlernen, liebe Geschwister, ist für uns. Ist nicht eine Sache, die wir aus dem Weg gehen sollten, sondern im Gegenteil. Wir sollten so viel wie möglich andere kennenlernen. Wir können nur profitieren. Entweder als Geber oder als Nehmende, ohne wegzunehmen. Oder als Bereicherte. Dass wir wissen, ja okay, das ist Kultur. Die manchen können Spaghetti mit Ketchup essen und manche eben nicht. Das ist Kultur. Persönlicher Geschmack. Was individuell ist. Austauschbar. Ja Allah, ja Aziz, ja Rahman, ja Rahim, ja Malik, ja Kuddus. Oh Allah, wir bitten dich mit all deinen Namen. Bitte gib uns all das Gute, was der Prophet Muhammad s.a. von dir erbeten hat. Und schenke uns deinen Schutz vor allem, wo auch der Prophet Muhammad s.a. bei dir um Schutz gebeten hat. Oh Allah, bitte befreie die Unterdrückten. Bitte heile die Kranken. Bitte verheirate die Unverheirateten. Bitte schenke denen, die sich Kinder wünschen, gesegnete Kinder. Oh Allah, und erfülle die Nöte und Bedürfnisse derjenigen, die dich bitten, oh Allah. Allahumma amin. Allahumma salli wa sallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Musik 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 exatamente